Und als jüngsten Altstier mit dem Jahrgang 2011 können wir Ihnen GS Venedig vorstellen. Ein Stier, der für uns den idealen Fleckvieh-Typ verkörpert. Er ist der aktuell beste Round-up-Zone und er kommt aus seinem Kärntner Zuchtbetrieb aus dem Lavantal, den wir schon über viele Jahre eng zusammenarbeiten dürfen. Der Betrieb von Weber Johannes aus St. Michael im Lavantal hat seit Jahren eine der leistungsstärksten Fleckviehherren Österreichs. Und wir dürfen immer wieder Kandidaten, Spitzenkandidaten aus seiner Genetik selektieren. Meine geschätzten Damen und Herren, im Ring sehen Sie nicht nur den Fernsehstage S. Venedig, Im Ring sehen Sie auch einen Stier, der das Zuchtziel der Rasse Fleckvieh verkörpert wie kein anderer bei uns auf der Station. Schauen Sie sich diesen Altstier an. Diese Körperlänge, diese Tiefe, diese Breite im Becken, die gute Beckenlagerung, GS Venedig, ein Stier, den wir in der Steiermark sehr intensiv nutzen wollen, da wir von den Töchtern überzeugt sind, dass sie sehr viel Körper mitbringen, ein gutes Leistungsvermögen haben und in der alter Qualität keine Wünsche offen lassen.